Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Wir waren jetzt hier in der letzten Folge erstmal so ein bisschen mit der Verkartung fertig geworden. Und ja, das waren wir jetzt. Und dann fehlt zwar noch die ganze andere Seite, aber dafür haben wir vermutlich zu wenig Redstone. Und deswegen dachte ich mir jetzt erstmal, ich baue meine Zentrale. Und zwar dort, wo ich jeden Hefel drücken kann und wo das halt einsortiert wird. So, dafür benötigen wir wahrscheinlich nochmal eine Schaufel. Die crafte ich mir nochmal schnell. Die Schaufel, hier eine Eisenbahn. Haben wir noch... Nein. Holz haben wir nicht. Dann fälle ich... Hier haben wir noch so ein paar schwebende Bäume. So, dann klopf ich den einfach mal weg. So, reicht sogar. Dann craften wir jetzt da ein bisschen Holz draus. So, gleich im Inventar. Und dann hier ein paar Sticks. Und daraus craften wir uns jetzt eine Schaufel. Ja. So. Ähm. Genau. Die Sticks nehmen wir mit. Jetzt muss ich erstmal kurz was einsortieren. Ähm. Redstone brauche ich erstmal nicht. Das erstmal nicht. Die ganzen Setzlinge kann ich mal hier... Und dann kommt die durch hier mit meine Sammelkiste. Hier unten die ganzen Setzlinge. Das ist übrigens meine Ausbeute, was ich da alles ausgebuddelt hatte. Ähm. Nur für die, die es nicht mitbekommen haben. Und so. So muss ich mir erstmal hier ein kleines Maß setzen. Da unten an der Rasenkante war das. Hier. Ja. Genau. Ähm. Ich hab mir so gedacht. Wir machen das. Also ich hatte mir ja hier schon den Weg lang gebaut. Und ich dachte mir, den führen wir hier einfach so weiter. Und dann. Ähm. Müssen wir ja noch von der anderen Seite. Ah. Von der anderen Seite müssen wir ja dann auch noch hier dieses Hebelsystem ranführen. Das heißt. Ähm. Ja. Schwierig Sache. Ich scrub das jetzt erstmal auf hier oben. Damit ich weiß, wo das ist. So. Hier noch ein bisschen weiter. Und genau bis hier hin. Und jetzt müssen wir hier unterirdisch runtergehen. Also unterirdisch runtergehen ist natürlich auch sehr. Einfallsreich. Hm. Jetzt haben wir auch noch eine Höhle. Ist natürlich jetzt auch nicht so toll. Ähm. Ich überlege wie ich das mache. Am besten. Ich gehe hier dann so runter. Hier runter. Und dann müsste ich hier rausfinden auf welcher Höhe ich bin. Dafür grabe ich hier einfach mal rein. So. Spitzhacke. Haben wir noch eine normale. Ja. Machen wir. Äh. Ich glaube ich bin viel zu hoch. Oder. Ne. Ich bin eigentlich optimal auf der Höhe. Und. Dann. Mach hier. Das. Mach ich jetzt hier weg. Oder. Oder. Dann will ich komplett unterirdisch sein. Komplett unterirdisch. Wäre ja eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ähm. Schwierig. Ich glaube ich mache mich komplett unterirdisch. Ja. Ich glaube das mache ich mal. So. Dann. Brauche ich hier mal nur so eine kleine Erddecke rein. Damit ich hier nicht andauernd in die Höhle fliege. Hier. So. Erd. Da haben wir ja genug. Eine Fackel. So. Aber. Das hier ist ziemlich hoch. Glaube ich. Was soll's. Ich puttel das jetzt hier erstmal aus. So. Ja. Genau. Weil. Hier muss ja dann so eine Wand hin. Und dann baue ich das hier oben auch wieder zu. Ähm. Also bei Redstone Scheidung kann man sich halt wie gesagt immer nicht so konzentrieren. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ähm. Dann würde ich sagen. Ich baue. Ich baue. Ach. Hier oben geht's aus der Decke raus. Dann würde ich sagen. Ich baue mir das hier so rein. So. Und. Kann ich hier noch einen hoch. Ne. Kann ich nicht. Ach. Das kam ein bisschen kompliziert. Ähm. Aber. Ich habe jetzt glaube ich eine Idee. Und. Deswegen baue ich das jetzt hier einfach mal. Lass mich jetzt einfach mal nicht ablenken. Deswegen. So. Und. Natürlich muss ich jetzt nochmal kurz gucken. Wenn ich das. Das hier muss eigentlich auch weg. Das stört ja auch nicht. Okay. Ähm. Gesprächsthema. Und zwar. Äh. Ja. Gesprächsthemen sind immer relativ bei mir. Ähm. Und zwar ein Gesprächsthema. Das muss ich kurz überlegen. Ähm. Oder Ankündigung. Wie man es auch sagen will. Und zwar. Ähm. Ich hatte ja mal gesagt. Ich mache ein 50 Abo Special. Aber das ist ja ein bisschen zu spät jetzt. Und deswegen. Werde ich das auf 100 Abonnenten verschieben. Ähm. Ähm. 50 Abonnenten hatte ich gesagt. Weil ich dachte. Das dauert noch ewig. Dadurch noch 30. 50. Und dann hatte ich zwei Tage später. Plötzlich über 50. Weil. Ich hatte da dieses. Ähm. Lagerungssystem Video für Folkjob Media hochgeladen. Was sie jetzt allerdings nicht genommen haben. Wo ich aber eigentlich nicht unbedingt böse bin. Denn. Haben sich ja trotzdem bei mir bedankt. Und deswegen. Bin ich denen da eigentlich jetzt auch nicht gerade böse. Also warum soll ich das auch sein. Aber es gibt halt auch immer welche die da ausflippen könnten. Ähm. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Dass wir auch so kleinere YouTuber halt unterstützen. Und ja. Da hatte ich halt plötzlich ähm. 50 Abos gehabt. Also 50. Über 50. 60 oder so. Und. Ja. Das sollte ich dann halt. Äh. Dieses Special machen. Oder ich hatte halt gesagt. Dass ich es mache. Ähm. Das war ein bisschen. Blöd gelaufen. Und deswegen. Habe ich das jetzt einfach mal gesagt. Ich verschiebe das. Und zwar. Ähm. Auf 100 Abonnenten. Und ich denke mal bis dahin. Dann schaffe ich das dann. Also. Mit Special und so. Ich habe mir ja was gedacht. Und ja. Das werde ich jetzt auch noch nicht verraten. Denn das wäre ein bisschen blöd. Und. Ja. Mehr wollte ich dazu jetzt eigentlich auch gar nicht sagen. Denn. Ja. Wer müsste ja eigentlich auch nicht wissen. So. Und. Ja. Das gibt es eigentlich auch nur dazu zu sagen. Ähm. Mehr müsste ja nicht wissen. Denn. Ich will ja nicht das Special vorweg nehmen. Ansonsten wäre es ja kein Special mehr irgendwie. Und. Ja. Lasst euch einfach überraschen. Ich werde auf jeden Fall was bei 100 Abonnenten machen. Das ist versprochen. Denkt mal. Jetzt habe ich jetzt auch nicht plötzlich unbedingt gleich 100 Abonnenten. Obwohl man weiß es nie. Äh. Ich habe jetzt nichts dagegen. Aber. Ähm. Ich halte es jetzt erstmal nicht so für möglich. Derzeit. Und. Ja. Dann. Freut euch einfach drauf. Das wird was werden. Hoffe ich mal. Ich hoffe mal. Also ich hatte ja schon mal angekündigt. Habe ich das gesagt? Ah. Ja. Ich will euch gar nicht darauf hinweisen. Was ich schon mal gesagt hatte. Denn. Das soll eine Überraschung werden. Das ist auch was für die Community. Also. Nicht. Unbedingt jetzt für. Mich. Sondern für euch. So wie es halt auch sein soll. Ähm. Ich merke aber gerade. Ich habe hier. Gerade. Irgendwas gefailt. Äh. Ja. Deftiger Fail. So. Okay. Ähm. Dann kommt das hier wieder hin. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ob das passt. Hier ein Hebel. Da 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 ein Hebel. Also. Für die die das. Äh. Tutorial schon mal gesehen haben. Über die Lagerungssysteme. Ähm. Die wissen ja wie das hier. Mal wird. Das hier. Die Schalttafel. Kennt ihr jetzt noch nicht. Hier habe ich noch keinem gezeigt. Deswegen könnt ihr das jetzt auch nicht wissen. Aber so das grobe Prinzip. Könnt ihr schon wissen. So. Und dann schließen wir mal ein bisschen Redstone an. Und zwar den 20 habe ich noch. Aber ich hatte noch was in der Kiste glaube ich. Ja. Ich glaube schon. Ähm. So. Hier unten. Jetzt muss ich natürlich erstmal gucken ob das Signal auch reicht. Ja. Gut. Reicht bis zum ersten Repeater. Nun dann. Ich muss ja. Ja. Eigentlich. Ach. Das ist schwierig. Also das ist schwieriger als ihr denkt. Glaube ich. Weil ich habe jetzt gerade keinen richtigen Plan im Kopf. Sondern nur so grob. Eine Vorstellung wie ich es machen könnte. Aber so richtig wissen tue ich es jetzt gerade nicht. Ähm. Okay. Dann mache ich das hier. So. Ähm. So. Hier geht dann die erste. Leitung raus. Ähm. Dann brauchen wir noch ein bisschen. Clean. Clean. Cleanstone. Das sagt jeder Cleanstone. Es kommt von Kronk. Also. Es kommt zu 100% von Kronk. gut. Weil eigentlich hat das kein anderer sonst gesagt. Und da sieht man eigentlich wie sich Let's Player prägen können. In der ganzen Minecraft Welt. Also Cleanstone. Ähm. Das hat eigentlich nie jemand gesagt. Und. Trotzdem. Sagt es eigentlich jeder. Und. Es sagen sogar die die nicht mal Kronk. Kennen. Also. Das finde ich schon. Sehr außergewöhnlich. So. Haben wir das auch. Das. Und. Es regnet natürlich. Das ist gerade nicht so toll. Oh. Das regnet da wirklich verdammt. Gut. Hier. So. Dann würde ich sagen. Packe ich. Hier mal ein Repeater drauf. So. Sieht zwar jetzt nicht so toll aus. Aber. Mal gucken ob das Signal reicht. Ja. Reicht. Okay. Dann mache ich das wieder hoch. Ähm. Die zwei. Jetzt muss ich das hier nämlich ein bisschen. Ähm. Abstrakt bauen. Wenn man es so will. Was jetzt eigentlich schon wieder schlecht ist. Was ich hier baue. Ähm. Ja gut. Was soll jetzt. Dann würde ich das hier einfach auch nochmal weg. Das ist ja nicht das Problem eigentlich. So. Weil die zwei geht ja hier drunter lang. Äh. So. Das ist die zwei. Natürlich auch mal noch irgendwie Peter drunter. Natürlich auch mal noch irgendwie Peter drunter. Äh. Ähm. Ja. Sollte eigentlich auch reichen. Die drei kommt dann hier oben dran. So. Gut dass wir die Behutsamkeitsspitze. Spitze. Ja. Behutsamkeitsspitzhacke haben. Die ist gerade sehr hilfreich. Und. Wie brauche ich das jetzt? Ach. Kacke. Ähm. Ich muss ja mindestens zweier Abstand machen. Mist. Nein. So. Ach. Ach. hier hin. Repeater hin. Okay. Repeater drunter. So. Ich baue das möglichst jetzt hier mal kompakt. Also nicht so übersichtlich. Weil hier denke ich mal. Werden keine Fehler jetzt aufgetreten. Ach. Scheiße. Wir haben keinen Redstone mehr. Und die Folge ist auch schon voll. Ah. Das geht heute aber wieder schnell. Das heißt wir haben Spaß am Aufnehmen. Und deswegen. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Und. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.